Oberramstädter Kirche in der NS-Zeit. Das positive Verhältnis zwischen der evangelischen Kirche und der jüdischen Gemeinde verschlechtert sich während der Weimarer Republik. Ein anderes Denken macht sich in den Köpfen der Menschen breit. Viele gingen auf Distanz zum Versuch, einen demokratischen Staat aufzubauen und nehmen eine konservative Stellung ein. Mit dem Wunsch nach dem alten Kaiserreich. Leider kam es dazu, dass antisemitische Strömungen in der evangelischen Kirche mehr Zulauf bekamen. Das heißt Ablehnung des Alten Testaments als Judenbuch, Reinigung des Neuen Testaments und damit die Abschließung der Entjudung der Bibel. Auch die Gestalt Jesu musste angepasst werden und nunmehr als Aria definiert werden. Als Abkömmling von germanisch-römischen Söldnern in Galiläa. Der wirkungsvollste Agitator für den Nationalsozialismus in Oberramstadt war Paul Nürnberger, Pfarrer von 1929 bis 1936. Seine positive Einstellung gegenüber dem Nationalismus verkündet er immer wieder in dem evangelischen Gemeindeblatt Glaube und Heimat, das monatlich erschien. Nürnberger beschreibt den gläubigen Christ wie folgt. Er bekennt sich rückhaltlos zur Bibel und zum Glaubensbekenntnis der drei Artikel. Er lässt sich erfüllen vom echten, wahren Luthergeist. Er ist Deutscher und Christ im umfassenden Sinne. Er will vor allem das wiedererwachte deutsche Lebensgefühl, das wir unserem Volkskanzler Adolf Hitler verdanken, auch in der Kirche zum Durchbruch und Ausdruck bringen. Er sieht in Rasse, Volkstum und Nation, uns von Gott geschenkte und anvertraute Lebensordnungen, für deren Erhaltung zu sorgen und Gottes Gesetz ist. Im April 1933 stellt sich Nürnberger im Gemeindeblatt Glaube und Heimat gegen die Demokratie und Gleichheit aller Menschen. Sieg! Sieg darum! Weil endlich das deutsche Denken und das deutsche Wollen und der deutsche Geist wieder die Oberhand gewonnen haben. Über den Geist, der mit der französischen Revolution auch in unser Volk hineingeworfen worden ist. Diese innigen Verhältnisse zwischen Pfarrern und NSDAP überdauern Nürnberger. Ebenso nationalistisch und antisemitisch geprägt sind seine Nachfolger K.L. Berg und Balz. Das nationalsozialistische Vokabular macht sich bei beiden Pfarrern im Sprachgebrauch bemerkbar. Um 1938 rum beten jeden Sonntag vier Millionen Menschen für den Führer. Segne du unseren Kampf für die Ehre, für die Freiheit, für den Lebensraum des deutschen Volkes und sein Brot. Segne du unsere Wehrmacht auf dem Lande, zu Wasser und in der Luft. Segne allen Einsatz und alle Arbeit im deutschen Land. Segne und schütze unseren Führer, wie du ihn bisher bewahrt und gesegnet hast. Mit unserem großen Führer danken wir dem himmlischen Vater für seine sichtbare Führung und gnädige Bewahrung. Unser Gebet aber geht weiter zu Gott, dass er mit euch und dem Führer sei, bis der Erzfeind und Unruhestifter Europas zerschlagen am Boden liegt. Die Pfarrer der evangelischen Kirche in Oberamstadt während der Zeit des Nationalsozialismus waren alle Befürworter der Ideologien und dem nationalsozialistischen Gedankengut. Sie haben diese auch zum Ausdruck gebracht in Predigen und Reden, ebenso wie im Gemeindeblatt Glaube und Heimat. Sie haben das demokratische System kritisiert und das schon vor der Machtergreifung Hitlers. Sie haben das demokratische System kritisiert. Sie haben das demokratische System kritisiert.